Wo irgendwelche Sanerdiker, irgendwelche Ketzer Sendungen bekommen, wo sie die islamische, orthodoxe, islamische Lehre, die seit Jahrhunderten in islamischen Universitäten beigebracht wird, als rückständig darstellen. Und heutzutage macht man das, indem man sagt, ja das sind nur die Salafisten. All das, was wir sagen, findet man in den Büchern der Firmen der Hebt. Wenn du dann den normalen Muskeln hörst, was sagst du den Firmen der Hebt, sagen die, oh die Firmen der Hebt, die vier Rechtsschulen, die sind richtig.